Wir schreiben das Jahr 1908, das Jahr in dem der Schütze von einem Lammerson auf ein 150-jähriges Bestehensurgebnis ab. Die ganze Bauerschaft gleicht jetzt im festlichen Glanz. Transparente, kunstvoll gestaltete Torbürgen, tausende von bunten Zähnchen und grüne Birkenstämme rechts und links der Straße füllen von den roten Jubiläern. Ein umfangreiches Festprogramm sich aufzustellen, um jung und alt der großen Schütze von mir an diesen Tagen zusammenzuführen und mit Freunden von nah und fern die Festtage erleben zu lassen. Am Anfang der 30. Mai, dem Auftakt des Jubiläums, bildete der Festprogramm in dem großen Feld, das wir auf dem Hofe des Vorsitzenden, der die Bäders errichtet haben. Auch der letzte Stuhl ist an diesem Abend gesetzt, als zu Beginn unter Führung des Spielmannszuges zu Trüm Harum die Vereinsfahne herbeigetragen wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind glücklich mit Ihnen alle unsere 150-jährigen bestehen zu können. Dazu begrüße ich besonders die Vertreter der politischen Gemeinde, den Bürgermeister Herr Tonio Zweyland. Der Vorsitzende Ferdin Bertels begrüßt alle Gäste und die ganze Schützefamilie. Den Fraktionsvorsitzenden der CDU, Herrn Georg Ebelner. Den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herr Karl Wernig. Die Vertreter der Kirchengemeinden, die Vertreter der katholischen Kirchengemeinde St. Ammer, Herr Pfarrer Josef Grube und Kaplan, und haben es in ihr Waffen übernommen. Ihre Feste, meine Lieben, müssen die Gemeinde überbringen, die nicht mehr aus dem gesellschaftlichen Leben ihrer Bauerschaft wegzudenken sind. Zu all dem möchte ich Ihnen im Namen der ganzen Gemeinde Neuen Kirchen recht herzlich gratulieren und gleichzeitig Dank sagen. Ich möchte den Wunsch äußern, dass Sie auch in Zukunft Ihre Aufgabe in Ihrer Bauerschaft erfolgreich wahrnehmen. Zum Wohle von ganz Landersum, ja zum Wohle von Neuen Kirchen. Gott helfe euch. Wir danken für Ihre Glückwünsche und wünschen uns, dass Sie zu unseren Festen noch oft hierher kommen und mit uns gemeinsam feiern. Durch das Programm des Abends wird der Vorsitzende des Festaufgängers Urlaub arbeiten. Wir danken für den Haarum und... ... ... ... ... ... Musik Nun ergreift der Fettredner Herr Grenzholzer das Wort. Musik Sehr geehrte Festversammlung, liebe Landersumer Schützen, liebe Bürger von Landersummen, geehrte Gäste, Ehrengäste, Festredner hat man mich genannt und das finde ich etwas hochgestochen. Ich hatte nämlich gedacht, ich sei hier unter den Landersummen und hätte es mit den Landersummen zu tun und einigen Ehrengästen, aber ich bin überwältigt, was ich hier gesehen habe. So ein großes Festfeld, so viel Ehrenbohren, so viel Wimpel an den Straßen und so weiter. Der Landersummen hat sich offenbar übertroffen heute. Landersummen strahlt im Festgewand. Es gilt hier ein großes Fest zu feiern, das 150-Jährige bestehende Landersummen und Schützenverein. Es steckt sicher eine Menge Arbeit darin. Ich weiß es von den 50-Jährigen, die ja auch hier Lehrer gewesen sind. Bei den 50-Jährigen haben wir auch enorme Arbeit geleistet mit der Feststriebe und mit all den Vorbereitungen. Ich habe großen Respekt vor dem Vorstand des Schützenvereins, vor dem Festkomitee und vor allen Helfern, die sich hier eingesetzt haben. Also das sind Wochen gewesen, strengste Arbeit, aber dafür kommt der Stress jetzt an die Seite und dafür wird jetzt ein paar Tage schön gefeiert und immer weit ist es ja auch gut mit uns, nicht? Das Wetter hat sich gebessert. Ich empfinde es als besondere Ehre und ein Zeichen des Vertraums, dass ich als früherer Landersummerlehrer hier zu Ihnen sprechen darf. Ich war von 1951 bis 1961 in der Schule, Leiter. Und die Jungen und Mädchen, Hut und Leiter, die damals vor mir die Schulbänke drückten, die sind nun im staatlichen Mannes und Frauenalter zwischen 30 und 44 Jahren. Männer, gestandene Männer, Frauen, Mütter, die selbst schon wieder ihre Last mit ihren Schulkindern haben. Aber ich muss sagen, die zehn Jahre, die ich hier in Landersum verbringen durfte, wecken bei mir und meiner Familie schöne Erinnerungen. Die Arbeit bei eurer Schule war mir eine Liebespflicht. Die Arbeit bei eurer Schule war mir eine Liebespflicht. Nach einem musikalischen Frischenspiel spricht Herr Pfarrer Josef Ruh. Herr Vorsitzender, Herr D. Bertels, sehr geehrter Schützenverein, meine Damen und Herren. Verehrte Gäste, liebe Ehrenmitglieder, liebe Schützenfamilien. Jetzt braucht die Ehre aus der Schützenbrüder mit 60, 50 und 40-jährigen Vereinsfamilienrichtern. ... an unsere Ehrenmitglieder und Jubilare richten zu können. Ihnen ist mit zu verdanken, dass der Schützenverein Landersum auf 150 Jahre zurückblicken kann. Diese Herden haben in Treue und Einigkeit das Schützenwesen über Jahrzehnte lang bis zum heutigen Tag gepflegt. Durch persönlichen Einsatz und finanzielle Hilfe haben sie stets das Leben des Vereins gefördert. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen dieses Jubelfest feiern können. Was wäre der Schützenverein ohne die Jubilare? Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass die junge Generation sich ein Beispiel an unseren Jubilaren nimmt. Damit auch sie den Schützengeist und die Tradition auf nachfolgende Generationen weitergeben wird. Aus diesem Grunde darf ich folgende Innen- und Erdenmitglieder, die 60 Jahre und mehr dem Schützenverein Angehörigen nach vorne bitten. Ihnen möchte ich ein Präsenz aus Anerkennung für die Treue und Mitgliedschaft überreichen. Das sind Bernhard Wintels, Franz, Franz Diekel-Henrich, August Bertels, Karl Hessling, Karl Reimke, Franz Hessling, Gerhard Reimke, Bernhard Puppe und Josef Eilting. Unsere 50- und 40-jährigen Ehrenmitglieder möchte ich mit diesem Präsenz auszeichnen. Dazu darf ich folgende Herren nach vorne bitten. Heinrich Flüth, Regard Bertels, Gustav Bertels, Auge Herren, Frau Lio-Mannflüth, meine Leiben Schüttenbrühe von Landesrum, besonders juhn ersten Bas, Gelsferi. Herr Vorsitzender, der Vereinigte Schüttegesellschaft, Hein Schürmann spricht ein Grußwort. Wenn ich mir die lange Summe so bekieke, sei es gar nicht gut, als wenn sie das letzte Jahr, 75 Jahre, öle wollen würden. Das muss ich aber sagen. Gut gut sein, das doch für eure ganze Burschupp. Denn auch die Landessumme will ja nicht Drüggestorm wie die Kraute 4, so eher 150-Jährige bestormt. Wie die Buen in Landessum ist das sowieso etwas anderes mit der Zusammenhol und mit der Kirchensiede gehörten. Dass Sie in diesen Tagen Ihr 150-Jähriges bestehen, das Grüße der CDU-Fraktion überbringt, Herr Eber. Aus diesem Anlass überreiche ich Ihnen, Herr Vorsitzender, eine Flinte und wünsche Ihnen damit weiterhin fröhliche und schöne Schützenfeste in den kommenden Jahren. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Berning gratuliert im Namen der SPD-Fraktion und des SPD-Ortvereins wünsche ich Ihnen zu Ihrem heutigen Jubelfest die besten Glück- und Segenswünsche. Als Vertreter der Vereinigten Sportschützen Neuen Kirchen möchte ich Sie zu Ihrem Jubelfest... Die herzlichen Glückwünsche überbringen. Die herzlichen Glückwünsche überbringen. Die herzlichen Glückwünsche überbringen. Die herzlichen Glückwünsche überbringen. Der Mann, der sich so viel Arbeit merkt mit so einem Verein... Herr Körngratuliert im Namen des Verkehrsvereins und der Sparunterhaltung Kategorien Kirchen. Ich sage dir das, ich sage dir das, ich sage dir das, was sollten wir denn machen mit dem Mann? Ich sage dir das, ich sage dir das, dass ich ganz so ob das die, die druck könnten. Ach, ach, sagt die da! Mein lieber Herr, wir haben es doch probiert, aber der war so breit, da hatten wir keinen Platz mehr für den Text. Meine Damen und Herren, liebe Schützenbrüder, Willkommen der Heimatport der Heimatport der Heiligen Fischer und noch einen Rückblick in die Vergangenheit des Verheins. Robert Wimström hat schon in der Festschrift geschrieben, dass der Schützenverein mit Sicherheit älter ist als 150 Jahre, denn im Jahre 1830 haben wir die Grüße und Glückwünsche der Kreisverkehrs überbringen. Auch wir haben uns ein paar Gedanken... Herr Fritzio grüßt im Namen der Kreis- und Stadtsparkasse Neuen Kirchen. ...angeschafft haben, es ist zu schade, dass sie in der Ecke steht. Im Namen der Commerzbank Neuen Kirchen... Glückwünsche der Commerzbank spricht sehr viele aus. ...zu Ihrem heutigen Festkommerz besonders bedanken. Zu Ihrem 150-jährigen Bestehen spreche ich Ihnen im Namen unseres Hauses herzliche Glückwünsche aus. Genauso wichtig ist es aber auch, dass ich immer wieder... Herr Auger, jetzt ist auch ein besonderer Einsatz, Uwe Mehr, Werdi Werkel und Hermann Werkel... ...aus diesem Grund haben wir auch im Vorstands- und Rechtsausschuss geschlossen, auch dafür ein Zeichen zu setzen und vier Mitglieder besonders zu ehren. Wir sind uns bewusst, dass die vier zu ehrenden Mitglieder auch für andere Schützenbrüder hier stehen, die immer bereit waren, dem Verein zu dienen. Ich darf diesen vier Mitgliedern jetzt die Plakette überreichen. Applaus Ich darf im Namen des Vorstandes und des Festausschusses nun noch unserem Vorsitzenden, nicht nur deswegen, weil er Namenstag hat, das habe ich nämlich jetzt erst erfahren, eine Überraschung bereiten. Ferdi, ich darf jetzt einmal so mit dir reden, wie wir das sonst tun. Du hast den wirklich einmaliger Einsatz dieses Jubelfest mitgestaltet. Wir wissen, dass das nicht einfach für dich war. Wir möchten dir deshalb eine besondere Freude machen. Und weil wir wissen, wie gut dir der Holzteller gefallen hat, haben wir dir auch einen Amt fertigen lassen. Auf diesem Grunde möchte ich Ihnen, Herr Albers, aufgezeichnet für seine viele Mühe um das Fest mit auch Rudolf Albers. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Spielmannszug des Schützenvereins Judrum Harum feiert heute sein zehnjähriges Jubiläum bei uns. Ein Dankes Wort ist mit dem Spielmannszug Judrum Harum und äußeres Zeichen überreicht Ferdi Bertels eine geschnitzte Hauptkarte an Rudi Renger. Zehn Jahre hat er in uneigennütziger nachbarschaftlicher Hilfsbereitschaft unserem Verein die Treue gehalten. Ich glaube auch, im Namen aller Schützenbrüder unseres Vereins sagen zu dürfen, dass sich der Spielmannszug Judrum Harum von unserem Schützenfest nicht mehr wegsenken lässt. Dass der Judrum Harumer Spielmannszug nach Lande so gekommen ist, haben wir unserem damaligen Vorsitzenden Herrn Rudolf Albers und dem damaligen Vorsitzenden Ich möchte mich erst einmal im Namen des Spielmannszug recht herzlich für diese... Ganz herzlich dank Rudi Renger, für die Ero und überreicht seinerseits die Vorsitzenden einen bunten Teller. und den Kling der Musik wird der Kommerz für Ende. Der für alle ein Sohn aus der Fertig war er. Und den Kling der Musik wird der Kommerz für Ende. Dramatische Musik wird der Kommerz der Kommerz für Ende. Dramatische Musik wird das abends für innen, und den Kling der Musik wird der, Musik Sonntag, der 31. Mai, bei Franz Werkels das Antreten aller Füsten und Abmarsch zum Aufholung der Vereinsbahner und des Vogels über Königschießen. Musik Musik Hauptmann, Juni, fertig lässt abzählen und nach Meldung am Oberst August Rettel. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Dein Majestätin mit dem Hofstaat wieder aus. Für den heutigen Abend steht ein öffentlicher Jugendkampf auf dem Programm. Das große Feld hält den Anruf der Jugendlichen Center von Finanzenumgebung am Stand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit ihren heißen Rhythmen empfehlen sich heute Abend Kolibries aus Hochholtz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit ihren heißen Rhythmen empfehlen sich heute Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit ihren heißen Rhythmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit ihren heißen Rhythmen. Die heißen Rhythmen. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 nachdem zu polonaise angetreten ist der ober die fahne aufrufen jetzt erscheint auch die majestäten mit dem ganzen hofstab angeführt von dem spielmann zu unserem harem und der feuerwehrkapelle beginnt der umzug durch die straßen von landes und 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 Musik 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 Endlos lang ist der Wunderschuh, der sich nun durch das Spalier hunderter von schaulustigen Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 die neue Majestätin, die Flüchtlinge aller Neukirchen-Schützevereine aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020